Und zwei große Tische für die Erwachsenen und für die Jugendlichen, da können sie dann spielen. Ich glaube, dass Simon ist fertig und hat einen Preis gewonnen, wenn er gleich beim ersten Mal. Das es geschafft hat, es war wirklich ein Erfolg. Und das ist der Ali. Ali, bitte gehen rein, den zwei Zöne schauen zu. Schaut, ist der Papa? Ja. Kannst du der Papa? Ja. Kannst du alles? Ja. Super! Ja, also Arne. Hier, Kaas. Ja, also. Aber jetzt kommt das auch nicht, dass du nicht ganz gut bist. Das ist auch. Ja. 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 Das ist der dritte Versuch. Einmal Jungen. Vierter Versuch. Naturtalent. Jetzt findet er auch beinahe noch. Zwei Jahre. Ein Snickers und ein Mitglieder. Die haben zwei Mitglieder. Das ist der dritte Punkt. Die haben zwei Rechte. Die ist der dritte Versuch. Die haben wieder zwei Rechte gemacht. So. Wir haben noch 2-3 Minuten Zeit. Eins, zwei, drei, drei Daten. Hallo, wer möchte ich? Ernst. Wer hat mich vorhin verändert? Ja, dann macht er Schluss noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Lass mal kurz, spült sich damit zusammen. Ich weiß, wer da drauf kommt. Haben Sie noch 5 Minuten Daten? Nein. Wer ist der Erde? Wo bist du? Ernst. Servus. Spielst du noch Tiefenis? Ja. Machen wir. Nein. Gut, Servus, dein Tisch, wie gesagt. Möchtest du viel Glück? Fünf Servus von Michi einzig ein bisschen zurückbringen. Hallo. Hallo. Servus bei uns. Ja. Von seinen Freunden. An seinem Eisler müsste Michi noch arbeiten. Meistens ist es Sein Erster. Ja. Der noch nicht gut kommt. Die anderen vier sind alle richtig gut. Er brauchte scheinbar immer erst einen Aufschlag als Eingewöhnung. Michael Twink. Sein Aufschlag ist deutlich besser. Ich habe das selber vorhin mal privat testen können mit ihm. Das ist schon unglaublich, was der für eine Rotation reinzaubern kann. Der letzte Versuch von Fahrrad. Viel gerne mit dem Rellkirchen. Aie! Komm Fahrrad! Letzter, sechster Versuch. Hier machen wir mal stehen. Der Grekirchen ist in jedem Rellkirchen. Jetzt kann man das so viel anbauen. Da kann man auch nicht so viel anbauen. Da kann man die Rellkirchen. Vielen Dank.